Neue Zeiten brauchen neue Werkzeuge. Daher ist dieses Instrument jetzt entstanden, der Meister. Die Röhren schwingen sehr, sehr lange und haben eine wundervolle Wirkung. Das Herz wird tief erreicht und gefüllt mit Freude und Liebe. Der Rahmen ist aus Röhner Kirschholz. Die wundervollen Bergkristallröhren sind einzeln eingeschliffen, auf Ton gebracht. Sehr präzise Handarbeit. Die vergoldeten Wirbel halten diese Röhren. Diese Instrumente sind Einzelanfertigungen, werden individuell zugeschnitten für jeden unserer Kunden. Liebevoll zusammengebaut, in Achtsamkeit und Freude. Dann hat jeder sein eigenes, individuelles Werkzeug. Meisterhafte Klänge entstehen schon beim leichten Anspielen dieser Röhren. Jeder kann sofort losspielen. Denn alle Töne passen gut zusammen. Das Instrument ist gedacht für energetisch arbeitende Menschen, Heilpraktiker. Für die Therapie, für die Musiktherapie. Auch Kinder lieben diese Instrumente sehr. Neuer Klang für eine neue Zeit. Die Technik aus der Bühne ist etwas нужно. Die Technik aus der Bühne ist etwas neuer. Untertitelung. BR 2018